Hallo ihr Lieben, ich war live gewesen. Bei Facebook hat mich geschmeckt mit dieser wunderschönen Palette, ich finde die richtig, richtig schön und von Catrice dazu diese Palette benutzt richtig schöne Farben und diesen Lippenstift habe ich von meiner lieben Freundin geschenkt bekommen und der passt so gut zu meinem Pullover und ein bisschen Plush benutzt, finde ich richtig, richtig schön und dann habe ich mir gerade noch die Nägel bei Instagram gemacht, so sind sie geworden. Ich finde es richtig, richtig schöne Farben und Essence, sehr, sehr schöne Farben. Ja, so sieht es aus, diese Farben, ich finde die richtig, mega, mega schön. Ja, so sehen die Augen aus, das ist das Endergebnis. Ich mache jetzt einen wunderschönen Spaziergang. Bis zum nächsten Mal an uns zum See. Okay. 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 üm B 여러� Jahress. Musik So, jetzt den Rewe-Einkauf abholen, haben schöne Blumen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist Wochenende, es ist Sonntag. Wir haben heute einen Familientag, draußen regnet es und jetzt wollte ich mich mit euch schminken, mit dieser wunderschönen Palette. Ich möchte euch fertig machen und ich freue mich, ich brauche meinen Spiegel. Ja, ich hoffe es geht euch gut, seid gesund und habt auch einen schönen Sonntag. Wir gehen heute in McDonalds essen, das werdet ihr im Video sehen. Wie ist bei euch so das Wetter? Ich schmink mich passend zu meinem Auge. Und passend zu meinen Ohrringen. Mascara Bell. Hier. Mascara Bell. So, die Lippen. Das wundert sich ganz gerne. Mhm. So, die Lippen. So, ein bisschen blush. So sehen die Augen aus, meine Lieben. Ich finde, es ist richtig schön geworden. Das ist mein Outfit für heute. So sehen die Augen aus. 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 So sehen die Augen aus.